Endlich! Wir sind wieder frei, können uns treffen, zusammen trinken und feiern. Super, dann haben die Querdenker ja nichts mehr zu meckern. Aber glauben Sie mir, darum geht es denen gar nicht. Das weiß ich, weil ich einer von Ihnen war. Mein Name ist Joachim Jumperz und ich habe ein Reisebusunternehmen. Während des ersten Lockdowns sind mir fast alle Einnahmen weggebrochen. Also habe ich mit vielen Kolleginnen demonstriert. Plötzlich war ich mittendrin. Als Logistiker habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass viele tausend Querdenker mit Bussen zu ihren Demos gefahren sind. Aber was ich da mitgehört habe, hat mich fassungslos gemacht. Denen geht es nicht um unsere Freiheit, nicht um unsere Grundrechte. Dahinter steckt eine rechtsextreme Ideologie. Das ist eine große, braune, übel riechende Brühe. Daran schwimmen Querdenker, Antisemiten, Reisbürger. Und das Salz in der Suppe ist die AfD. Eine Partei, die durchsetzt ist von rechtsextremen Kräften. Diese Menschen brauchen das Chaos. Mit unhaltbaren Fake News versuchen sie uns zu verunsichern. Sobald ich begriffen habe, wer diese Leute sind, die wir zu den Demos fahren. Und wofür sie stehen, war für mich sofort Schluss. Wir alle müssen laut sein und aufzeigen, was hinter ihren Paroden steckt, damit sich Geschichte nicht wiederholt wie vor 90 Jahren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gefährlich diese Mischung aus Querdenkern und Rechtsextremen ist. Meine dringliche Botschaft. Wir alle müssen klare Kante zeigen gegen den immer lauter werdenden Rechtsextremismus auf den Straßen und in den sozialen Medien. Vielen Dank. Das war mein Beitrag zum Thema Querdenker. Diskutiert bitte alle mit unterhalb meines Videos. Ich würde mich sehr darüber freuen und vielleicht sieht man sich ja mal. Danke. Tschüss.